Falls du nicht schon am Hecken bist... Du bist schon am... Hast du fertig? Was hast du? Ach gut. Äh, Vorsicht, guck mal. Hallo! Nein, meiner! Lass ihn. Lass ihn. Download abgeschlossen. Das ist meiner. Jetzt müssen wir uns um die Jodem-Systeme kümmern. Sie werden vermutlich in einem Raum auf der anderen Seite der Lighthouse bewahrt. Mach ihn! Mach ihn kaputt! Mach ihn kaputt! Mach, 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 schnell! Danke. EMP-Impuls? Ja, wenigstens haben wir das jetzt geschafft. Okay, dann geht's jetzt. Joel, da bist du ja. Hallo. Ey, sag mal! Ähm, Jones? Was? Ich werde grad gewürgt. Drück an! Tone sieh's! Ich weiß, dass du da bist. Komm raus, sonst stimmst du! Okay, danke. Okay, ich weiß jetzt, was der Fehler ist. Dann schieße ich halt, wenn ich zu nah an den dran bin. Und weiter geht's. Hui! Was? Systeme sabotieren. Ich wette ein Bier drauf, dass das der Gefeu-Raum ist. Laser. Länger Laser. Nein. Ruhe. Wenn das der Raum ist, müssen wir einen Zugriffspunkt finden. Nein! Roll dich doch nicht rein! Scheiße. Warte, warum schießen die so schnell? Sekunde. Sorry, aber irgendwie ist er da automatisch reingerollt. In den Laser. Ja, wie automatisch geht? Ich kenn das. Ähm, okay, dann müssen wir... Rollen! Rollen! Und... Na, 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 und... Rollen! Jawohl. Wie rollt man denn? Warte, ich übernehme kurz das Ding und dann kannst du ganz normal durchlaufen. Du kannst durchlaufen. Du kannst durchlaufen, ja. Ich... Nein! Ich hab sie doch in meinem... Ich kontrollier die grad. Sterbt! Ja, schieße sie. Ich mach sie grad kaputt. Sterbt alle. Wunderbar. Oh, da kommt noch einer. Wie viele kommen denn da noch, sag mal? Alter. Ähm, äh... Nein! Sehr gut. Sag mal, was ist denn mit denen los? Wie viele sind das denn? Ich glaube, da kommen noch mehr. Ne, ne, das waren alle. Die Musik hat aufgehört. Okay. Disco. Jones? Jones! Hallo? Ja? Oh, Gott. Mann, mach mir keine Angst. Manchmal spinnt's Internet bei mir. Mach mir nie wieder solch Angst. Wir können gerne weiterlaufen. Außer du machst grad was. Wichtiges. Also rumstehen ist ja schon wichtig. Ja. Dann... Ah, jetzt bewegt's dich wieder. Ne, ich bin wieder da. Okay. Weiß nicht, wo der Weg ist. Ich glaube, jetzt... Oh, guck mal hier. Ja. Das hab ich früher auch immer gemacht. Ähm, gut, dann... Kommt jetzt, glaub ich, der letzte Abschnitt. Mach mal den... Ja, den mach mal auch noch, komm. Hau mal auch noch rein ins Video. Die Sicherheitssysteme... ... haben wir früher doch Level-Reise gemacht. Schau, das ist das Spieltipps und keine Rotte. Gott. Ich bin nicht Gott. Gott ist kein Mensch. Die Menschen sind Gott. Hä? Ja, sie sind die, äh... Das Ebenbild von Gott. Ach, keine Ahnung. Was weiß ich. Hab ich mal irgendwo gehört. Oh. Muss aber nicht unbedingt stimmen. Hallo. Hallo. Juhu. Hier, EMP. Nach der Wissenschaft war sowieso hier, Dings. Gott, ein Mensch. Regal. Juhu. Ziemlich kluger Mensch. Irgendwie schon, so. Habt ihr die Welt erschaffen und... Ach, egal. Und hat... Ohne Religion wären wir immer noch auf. Also wir werden uns immer noch so verhalten. Vorsichtig. Gehe ich nicht in eine wunderbare Ablenkung? Doch. Ich konnte sie alle ausschalten. Sehr gut. Und das war nicht ironisch gemeint. Nice. Gut. Ich meine, wer guckt denn schon da? Okay, das ist auch noch ein bisschen leer. Hallo? Ich weiß es nicht. Ich kletter mal hoch. Oh Gott, da muss ich mal runterkletter. Du wirst so... Wir gehen da nicht rein. Das ist ein Befehl. Lade nach. Bewegung, Bewegung. Versteck mich ruhig. Das macht keinen Unterschied. Dieser Ort wurde gebaut, um Geheimnisse zu bewahren. Wir sind nicht blöd. Wir können warten. Suka. Was meinst du, wie lustig das ist, wenn ich dich erledigt habe? Ähm. Ich hole mir irgendwann mein neues Headset. Wollen sie mich... ...verarschen? Ja, ich bin tot. Sorry. Ich weiß auch nicht, was da gerade abging. Ich hatte volle Leben aufs Malfall, ich da runter. Ach, machen wir halt nochmal. Es ist ja hier zum Glück. Drei Gegner und dann... ...neutralisiert. Ist immer wieder optimal. Aber den Iranern gefallen, ihre olifarbenen Briefbeschwerer. Archer, Kestrel, wir haben eine Verstattung. 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 Valentina, was sagen Sie? Sie müssen das sofort raus. Ich sag's, mit Halsschmerzen ist es ziemlich schwer zu trinken. Bewegung. Das kenne ich. Autsch. Ich hoffe, wir sind morgen weg. Ich lieg am Boden. Da, 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 da. Ach, du hast hier sterben, mein Freund. Wow, hey, die gehen ganz schön ab. Hey, es reicht, ihr könnt jetzt aufgeben. Das ruhig, das schaffen wir schon. Ja, dankeschön. So gut. Danke. Dann setz ich grad mal so'n Ding hier ein. Zack. Wo sind die denn? Nur weiter so. Dann hab ich eine Spur. Schalten wir sie aus, bevor sie uns noch mehr anstreben. Krepier, du Zuka. Ich weiß immer noch nicht, was dann Zuka ist und wir sind keine. Du bist... Also, ich sag mal, ich weiß auch nicht, was es ist, aber ich sag mal, wir sind wahrscheinlich keine. Weil ich weiß es ja nicht. Was sind da denn noch welche? Die kämpfe auch gegen Homos. Ah, das ist der Boss. Boss. Boss, Boss. Das kann ich da auch aufklären. Oder auch nicht. Ah. Das Ding geht auch nicht los. Bist du neben? Ja. Vorsicht, die greifen nicht, glaube ich, an. Der Turm. Er ist beim Terminal. Wie gefällt dir das? Wie viele Leben hat der denn? Zack. Fuck. Aua, ich bin unten. Eine Falle. Position halten. Weiter runter, weiter runter. Warum geht das nicht weiter runter? Äh, dort musst du irgendwo ne Treppe haben. Oder dort, ja genau. Geh runter. Lass dich... Das ist eine Falle. Position halten. Runter. Oh Gott. Runter. Runter. Ach, wir haben noch 40 Sekunden. Die stecken Schwierigkeiten. Haben Sie gehört? Ist mein Ernst. Jetzt kommst du aber nicht mehr zu mir hin. Das ist blöd. Geh nochmal hoch und ähm... Geh jetzt mal nach links. Links. Von dir, genau. Jetzt geh mal... Oder so, ja. Da gibt's ne Treppe. So, keine Treppe. Oder so. Eieiei. Ja, danke. Gut, wunderbar. Äh, ich leb nicht. Mann. Krieg ich echt noch Angst? Danke. Das glaub ich denen nicht mal. Das, wir haben Zeit. Wenn ihr was wollt, dann kommt. Dann geh ich mal die Treppen hoch. Dann... Wir gehen da nicht rein. Leck mich. Wir gehen nirgendwo hin. Und was gibt's hier? Hier ist ja gar nichts. Hm. 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 Eine Falle. Position halten. Autsch. Glaubt ihr, wir marschieren da einfach rein? Du bist tot, Gantel. Ha, 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 Bittler. Wirf ein Granatisch. Vorsicht, er wirft Granaten. Kontakt. Du warst hier mit deinen letzten Fehler. Na los, leg die Dumpen. Wir gehen jetzt die Dumpen. Vorwärts. Ähm, so. Und hier bin ich grad ziemlich, ähm, hinüber. Ähm, okay, komm, komm, komm. Heilen, heilen. Ja, danke. Okay, genau so. Und weg, 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 weg. Na komm. Versteck dich. Oder heilen, ja, heilen mich, heilen mich. Genau. Heil. Ja, mach ihn auch noch. Und dort ist auch noch einer. Gefällt dir der Skandal? Okay, sehr gut. Dachte, ich schaff's. Tut mir leid. Okay. Ui, ui, ui. Hast du dich wieder gemutet? Du hast nicht den Hauch einer Chance. Ich glaub ja. Okay. Du kannst nirgendwohin, Idiot. Ich rede ganz, das sei nur die. Recht, nee, nee. Also ich hör das nicht. Dann mute dich mal nicht immer. Ich rede ganz, das ist nicht mit dir. Und das wird sich so an, als würdest du mich verstehen. Nee, nee, ich, äh. Mein Spiel hängt. 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 Hängt immer noch. Hängt immer noch. Boah. Gott. Boah. Was ist nirgendwohin? Du musst mir nicht alles nachreden. Du musst mir nicht alles nachreden. Ähm. Ähm. So. Es ist nicht lustig. Es ist nicht lustig, okay? Die Spiele haben sich aufgehängt. Ja, ich weiß nicht, ob die Aufnahme noch läuft. Bei mir ist immer noch rot oben. Ich hör jetzt einfach mal auf. Ja, rot, 28, das heißt ja gut wie gar nichts. Bis gleich. Hallo Leute, er hat mir nicht Bescheid gesagt. So. Mach mal einfach weiter. Ähm, dort hinten standen wir und dann ist es einfach schön. Ja, und dann ist die Aufnahme irgendwie bei uns beiden aufgelöst und dann sind wir hierher gerannt. Das ist jetzt sowas von gelungen, aber egal. Ja. Und dann funktionierte sie auf einmal wieder. Hm. Und hier geht's jetzt anscheinend zu wie in einem Wespennest. Hat die Frau gerade eben gesagt. Wespennest? Ja. Etwa so? Genau so. Oder so? Ja, spreng mich auch noch weg. He. Oder so? Oh. Oh, mich schreibt einer an. Hey, du darfst nicht in mein Let's Play. Ähm, Entschuldigung. Was war das? Ich glaub, ich hab auf ne Waffe, äh, auf ne TNT-Kiste geschossen. Werd ich angeschrieben. Willst du dich hier einfach für immer verstecken? Das ist auch noch ein bisschen schwieriger. Was der Hölle ist das denn? Wie gefällt dir das? Oh. Der hat eigentlich recht. Wohin wollen wir eigentlich fliehen? Wir sind hier in dem Bunker. Von denen. Wow. Ah, verdammt. Du wirst gewürgt. Dann, lenkt ab, lenkt ab, lenkt ab. Ja, genau. Genau. Perfekt. Jung. Jung. Lichter mag ich nicht, nein. Hältst du mich für so bescheuert? Peter Rassi? Oh, scheiße. Ihr beide seid nicht so schlau, wie ihr glaubt. Kanate in Deckung. Kopfschuss. Perfekt. Achtung, wir gehen jetzt rein. Willst du Spielchen spielen, Spor? Vorstoßen. Los, los, los. Los, 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 los. Perfektes Timing. Wo sind die denn? Ich geh mal oben lang. Oh, die kommen von hinten. Von hinten. Ich habe ihn. Kommt, lass uns fröhlich sein. Das wäre wirklich toll, wenn die auch so fröhlich wären wie wir, aber irgendwie... Nö, wollen sie nicht. Wo sind die denn? Z. Z. Z wie Zebra. It's no time. Just relax. Ach, da hockt... Ja, da war einer. Wollte ich gerade sagen. Plattern. Piss ja. Da, 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 da. Nein, ich. Äh, ja. Nein. Ja? Was will der Kerl jetzt bei mir? Ich weiß nicht, was der wollte. Auf jeden Fall hat er sich jetzt nicht mehr beschwert. Nachdem er eine Kugel in den Kopf gekriegt hat. Hier geht's weiter. Oh. Wieso, wieso, wie hast du dich an... Was? Wie bist du an mir vorbeigekommen? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe mich... Getaunt. Aufmachen. Hier geht natürlich auf. Könnt ihr Hilfe gebrauchen. Oh je. Jetzt, was kommt jetzt? Ich weiß es nicht. Äh. Ähm. Hier ist ja niemand. Oh. Was ist das denn vor uns? Kerl Zangenkopf. Einmal schieben. Ey, das ist die letzte Mission. Die spoilern uns. Darf ich ihn abschießen? Was machen Sie denn? Hier ist es nicht sicher. Sie müssen sofort hier weg. Welchen? Ne, ne, lass mal. Ähm. Och nein. Das ist die Mission. Oh Gott. Die kann dauern. Wenn ich mir hier mal übersetzen würde. Keiner hat LP. Und schauen sonst was. Das ist mein Spiel. Das ist jetzt. Wieso erwähnst du das eigentlich immer? Nur falls wir den Part übersehen oder so. Ach so, okay. Das wird teilen müssen. Ja, stimmt. Tiger? Ich bin ein Fisch als Sternzeichen. Kein Tiger. Ich weiß gar nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, was ich bin. Schlange oder Ratte. Irgendwie sowas. Was weiß ich. Moment haben wir ja. Das Drachen. Die haben Headshots. Wo kommst du denn jetzt? Ich war hinter dir. Oh, oh. Und tschüss. Ach ja. So hab ich das noch nie gemacht. Also, dass wir so alle abknallen, weißt? Wir haben es immer so gemacht. Ich glaube, da kommen wir unendlich. Ich mache hier einfach mal ein bisschen Aufgabe. Ich würde aus dem Licht gehen. Richtig. Warte mal. Ich muss jetzt nochmal. Wie ging denn das? Lass dich mal runter, bitte. Ach, mach da nicht. Haben wir wieder voll... Jawohl. Und tschüss. Wohin? Die Steuerung. Ach so, jetzt die Steuerung. Und tschüss, Leute. Ihr explodiert. Ich sterb dir auch. Keine Sorge. Ich sichere Sie. Jetzt beeilen Sie sich. Bist du ausgarn? Bist du ausgarn? Nee, nee. Hier explodiert, glaube ich, gar nichts. Ich würde aber nicht an diese Waffe ran. Die wird jetzt gleich platt gematscht. Guck mal, über dich. Guck mal, über dich. Oh, scheiße. Uns legt alles um die Ohren. Wir müssen hier weg. Boah, lasst mich doch in Ruhe. In Position. So. Wir können General Assos... Autsch. Ähm. Ja, genau. So. Los, los, los. Danke. Okay. Willst du auf den Container schießen? Aber weißt was, ich mach's einfach. Oh, tschüss, Container. Er wird nicht der Einzige sein, wenn wir nicht bald verschwinden. Ich werde hin... Du hast zuhause deinen letzten Fehler begangen. Das wirst du bereuen, Suka. Suka. Ähm. Was meinst du, wie lustig das ist? Hier rüber. Schau und sieh. Es reicht mir. Komm, renn. Wir haben nichts mit Azuka von Star Wars etwas zu tun. Ich glaub, das skapieren die wohl nicht. Nee. Das sind keine Azukas. Das sind Azukas und sonstiges. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt. Ja, Herr Jones. Ich wollte ja nur sagen, das sind einfach nur Star Wars Fans. Lass die doch. Hui. Willst du jetzt mal bitte kommen? Okay. Ich bin schon längst da. Ja. Ja, und jetzt müssen wir hier rein. Schnell. Wow. Schnell. Kletter hoch. Ein Bier drauf, dass ich als Erster in Deutschland ankomme. Ey, wir gehen jetzt ab nach Deutschland. Jones. Jones. Bist du gemuted? Ja. Bist du. Er ist wieder gemuted. Ja, sage ich, ist das doch so. Ja, jetzt hast du ja gesagt. Eben hab ich dich nicht gehört. Und wir haben es geschafft. Ich sag dir, ich bin gemuted. Und dann sag ich ja. Und dann sagst du, ja, du bist gemuted. Ja, weil ich, weil du nichts gesagt hast. Nein. Ja, aber ich glaube, wir machen nach der Mission eh Schluss, oder? Ja. Das war schon so. Spieltipp. Jetzt warte doch noch. Ach so, stimmt. Ja, stimmt. Es stürzt ja gleich ab. Viel Spaß noch mit der Katzi. Genau. Sie waren die ganze Zeit vor unserer Nase auf dem Mosdok-Testgelände in Nord-Ossetien versteckt. Unglücklicherweise haben die überlebenden Mitglieder von Yastrup bereits einen neuen Käufer gefunden. Sie wollen die EMPs im Laufe des Tages ausfliegen. Aus diesem Grund sichert unser Verbindungsmann Andri Kobin mit seinen Männern bereits die Antonov, die Yastrup dafür gechartert hat. Kestrel, Archer, Sie müssen dafür sorgen, dass Mosdok vom Netz abgeschnitten wird, damit die Flugabwehr uns nicht dazwischen funkt. Mit anderen Worten, wir wollen doch nicht, dass jemand die ach so wertvollen Sprengköpfe vom Himmel holt. Ich überfahre. Nein. Ja, wir waren doch unterm Lastwagen. Sobald Sie den Kommunikationsknoten auf der anderen Seite der Fahrzeugstellplätze ausgeschaltet haben, gehen Sie zum Hangar. Ich bin mit Kobins Team. Ja, das war schon gut. Sie haben die Flugabwehr bis dahin verladen. Noch was. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass Sie den nächsten Kontakt mit dem Gegner vermeiden. Beim ersten Alarm. Wird alles abgeblasen, schon klar. Zum Kommunikationsknotenpunkt. Am Ende geht sogar das noch. Hm, es funktioniert, Leute. Ähm, naja, ich glaub, wir machen ja trotzdem Schluss, oder? Das ist ja zu langsam. Also, tschüss, Leute. Wir töten hier noch die Leute. Und jetzt, tschüss. Tschüss, Leute, wir töten noch die Leute. Und tschüss mit einem epischen... Ja, Leute. Bis dann. Ciao.